Kapitulieren! Niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Rotten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Rotten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schließen! Der Ziel ist für was ist unstehlich! Wir werden nur noch in die Zukunft enden! Wir müssen Verhandlungen aufreden! Ich wiederhole, meine Herren! Meine Kapitulation unterschreibe ich über! Setzen Sie sofort ein Schreiben an Marsha Schukhov auf! An Marsha Schukhov? Was geht hier vor? Das ist doch alles Wahnsinn! Wir müssen die Stadt den Russen übergeben! Dann muss ich sie erschießen! Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation!